Die neuen Patch Notes 1.82 sind jetzt völlig überraschend am Start hier auf dem Testserver. Normalerweise kommen die Patch Notes immer hier mittwochs auf dem Testserver und ich kann euch schon mal sagen, es wird wirklich ein richtig geiles Update. Und es wird das erste Update seit langem mal wieder ohne Held. Und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt rein ins Mailpostfach. Und zwar ja, vor drei Stunden sind die Patch Notes hier live gegangen. Wirklich komplett, also völlig überraschend, habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber wir haben jetzt hier das Video am Start und gehen direkt rein. Und zwar ist es so, ja, dass die Server hier morgen zwischen 8 und 10 Uhr dann eine Wartezeit haben, da das Update dann live ist. Ihr wisst es ja, morgen kommt dann das Update Video zu den ganzen Patch Notes hier. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an hier mit der ersten Änderung. Und zwar ist es so, dass das Event Insel des Goldes wieder zurückkehrt in AFK Arena. Freue ich mich auf jeden Fall wirklich drauf. Es ist wirklich ein cooles Event für die Leute, die nicht mehr wissen, was Insel des Goldes ist. Das ist dieses Art Monopoly Events, wo man sich da so ein paar Gebäude aufbauen muss, die immer weiter hochleveln muss und auch andere Inseln angreifen kann. Dann bei Punkt 2 ist es so, dass wir eine neue Reise der Wunder erhalten werden. Ihr wisst es ja, heute Nacht kam sogar noch die neue Reise der Wunder bei uns auf den globalen Servern. Dazu kam natürlich auch ein Video raus. Und dann ist es so, dass wir in den vier Fraktionstürmen jetzt bis auf Ebene 780 vorpushen können. Und die Ebenen 720 und 750 wurden ein wenig leichter gemacht. Im Königsturm können wir jetzt bis Ebene 1350 vorpushen und die Ebenen 1250 bis 1300 wurden dort leichter gemacht. Bei den himmlischen und Unterweltler-Türmen ist es jetzt so, dass wir dort bis Ebene 520 vorpushen können. Die Ebenen 480 bis 500 wurden dort auch ein wenig leichter gemacht. Und dann kommen wir zu Punkt 6. Und zwar bekommen wir eine neue Runde im Nebeltal. Ist auch immer eine ganz coole Sache. Gibt immer viele Belohnungen. Die startet hier auf dem Test-Server ab dem 3.2. Und anscheinend gibt es auch noch irgendetwas, was hinzugefügt wird. Wahrscheinlich sind es Belohnungen, die man dann freischalten kann, wenn man dann zwischen Kapitel 37 und 41 ist. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Können wir uns einmal anschauen, was dort für Belohnungen drin sind. Und dann ist es so, wirklich ein cooles Update. Also hier steht es zumindest so drin. Ich weiß jetzt nicht, wie krass die Auswirkung sein wird. Aber wir haben ja das Verfluchte Reich vor, weiß ich nicht, 2-3 Monate hinzugefügt bekommen. Und ja, das Helden-Level, also die Voraussetzungen. Und zwar das Helden-Level ist schon echt wirklich sehr, sehr hoch gesetzt. Ich hatte dort auch echt teilweise Probleme, da reinzukommen. Und diese werden jetzt runtergesetzt. Hier steht jetzt leider noch nichts bei, wie weit sie runtergesetzt werden. Vielleicht könnt ihr da irgendwas herauslesen. Das Ganze werden wir uns dann morgen anschauen. Ich kann mir gleich nochmal merken, welches Helden-Level heute am Start ist. Und dann welches Helden-Level morgen am Start ist. Vielleicht kann man sich das morgen schon mal, ja, anschauen. Dann kommen wir zu Punkt 8. Und zwar ist es auch hier wirklich, ja, einfach ein geiles Update. Und zwar ist es so, dass wir neue Daily-Quests hinzugefügt bekommen werden. Und zwar, wo wir dort, ja, Hotelmünzen als Belohnung bekommen. Und es gibt auch neue wöchentliche Quests, wo wir dann auch irgendwelche Furniture-Items bekommen oder so. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das werden wir uns natürlich dann auch morgen anschauen. Und es ist jetzt bei Punkt 9 so, dass wir ein neues Leaderboard erhalten werden mit den Gravuren. Also können wir uns dann höchstwahrscheinlich da anschauen, bei welchen Helden es am meisten Sinn macht, die Gravuren dort einzusetzen. Gab bei mir auch schon mal ein Video auf dem Kanal. Könnt ihr auch gerne auschecken. Ist als Kanal-Trailer drinne. Und dann kommt bei Punkt 10 etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Und zwar, ja, Spieler, die die Sweep-Function bereits, ja, freigeschaltet haben, können das Ganze jetzt auch während den Gildenjagen machen. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was mit Sweep-Function gemeint ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Und dann steht bei Punkt 11 bei, dass wir jetzt irgendein Rapid-Item benutzen können, wenn wir das Gravuren-Level unserer Helden ja leveln. Bin ich mal gespannt. Können wir uns dann auch gerne mal anschauen. Und dann bei Punkt 12 bekommen wir eine relativ coole Änderung. Und zwar ist es so, dass wir das Signature-Item jetzt anscheinend schneller leveln können, indem wir die Taste irgendwie gedrückt halten. Und das Ganze soll jetzt irgendwie schneller funktionieren. Ja, bin ich mal gespannt. Werden wir uns dann auf jeden Fall auch im morgigen Video mal anschauen. Und eine wirklich richtig geile Änderung kommt auch noch für das Hotel hinzu. Und zwar wisst ihr ja, ihr könnt ja dreimal pro Tag euch Belohnungen abholen von euren Kollegen aus dem Hotel, wo ihr mal ein paar Diamanten rausbekommt. Mal ein paar blaue Steine und sonstiges. Und diese könnt ihr jetzt alle mit einem Klick einsammeln. Also ist auf jeden Fall auch cool. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Und bei Punkt 14 ist es jetzt so, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mehrere Möbelrollen auf einmal in mythische Furniture-Items, also Möbelstücke umzuwenden. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Änderung. Bin ich auch da mal gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Und bei Punkt 15 ist es dann so, dass wir ein paar neue Frames bekommen und zwar für das Legends-Championship. Und dann gibt es insgesamt noch drei Heldenänderungen und zwar einmal für Esther, Scarlet und einmal für Merlin. Sind aber halt immer nur ein paar Probleme, die gefixt oder optimiert wurden. Und das soll es gewesen sein von den Patch Notes 1.82. Wirklich sehr, sehr krass überraschend, dass sie heute kamen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim Update-Video. Macht's bis dorthin auf jeden Fall gut und ciao. Ciao.